ja Jo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Crafting Day ja wir sind hier um Star Wars Raumschiff so zu sagen und dann und hier kämpfen wir du ja ist ja logisch ja so wie ist denn hier Rambo machen Bam da kommt der nochmal Bam Mann sind wir gut heute so geh zu den Mann Alter WTF WTF ich liebe die Kills lol lol warum konnte ich denn es sich treffen du 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 so da kommen unsere Leute ne da braucht jemand Hilfe jetzt geh mal weg Alter du stinkst oh da wird jemand verprügelt oh sexy sexy pfff so da kommt einer mein k statt wow bald habe ich die 2000 Kills geknackt und 2000 Tode ne hey whey ne 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 Bäm, Alter. Damit bleibe ich aber jetzt die ganze Zeit im Schiff. Komm, drauf. Nein. Ich hätte bloß das Eisenschwert aufgehoben, oder? Nein, jetzt hänge ich schon wieder hier fest, Alter. Ich hasse... Ich hasse diese Spinnen-Netz. Alter. Man, reg dich ab, Alter. Oh, Alter. Spawn. Ich hebe, glaube ich, das Eisenschwert auf, wenn ich mal eine Dioris hier anziehe. Und tausche das da mit. Jetzt muss ich aber ehrlich mal was wegtun. Für sortieren. So. Alter. Ernsthaft. Willst du mich produzieren? Na da, ey? Ne, so. Wegt damit. Auch weg damit. Weg damit und weg damit. Ist das hier richtig? Ne. Hier ist es richtig. Toll, warum schaffe ich das jetzt nicht mehr? Diamanten-Fritzi. Aua. Wow. Leute. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Digga, 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 digga. Wow. Eita. Was ist das hier los? Na, unsichtbar kannst du dich nicht machen. So. Holla, die Waldwerte, was ist denn hier los? Oh, der ist gestorben. Hopfer. Wer fragt mich hier an? Ah. So. Wow. Sorry, digga. Alter, was für eine geile Gang hier, Alter. Ist ja wohl, Mousson. Mein Freund. Ne. Gut. Okay. Sorry, dass ich nicht so viel rede. Ich muss mich konzentrieren, aber ist ja egal. So, ähm, wo war ich stehen geblieben? Dank so. Ja. Also, wir haben eine große Gang gerade hier. Und da kommt einer wieder. Geh weg, Alter. Bam. Alter, wollt ihr mich verarschen? Oder tut ihr nur so? Wirft doch mal die scheiß Sachen hier alle weg, Alter. Gebt mir auch einen Sack. Immer diesen scheiß Sachen zu haben, Alter. So. Wo ist er denn jetzt? Da. Ich muss einfach mal schreiben, dass er weiß. Upsa. So. Ach, der Wollmarsch-Aferon. So. Lol. Oh. Ein Fehler, oder? Ja, weil der Wollmarsch hat letztens geschrieben, ähm, was ich aufnehme. Deswegen. What the fuck, Alter? Schenk dir was. Okay. Spawn. What will der mir denn schenken? So. Meine zwei Freunde. Ja. Lass rumlaufen. Warte. Warte. Was will der mir denn geben? Warte mal. Warte mal. Geh mal. Geh gerade weg. Ja, und damit bänden ich mal die Aufnahme und mach eine neue. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.